Wir beschäftigen uns ja eigentlich den ganzen Tag mit Gesundheit und mit Produkten, die unseren Kunden und ihren Patienten nutzen. Heute geht es darum, was euch nutzt und insofern freut mich jetzt heute dieses Studio einweihen zu können. Zuerst einmal noch mal ein Lob für diese Studie, für dieses Projekt. Es ist für Unternehmen sicherlich die Zukunft, den Mitarbeitern genau diese Form von Leistung anbieten zu können. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020